herzlich willkommen zur 217 folge simutrans schön dass ihr mit dabei seid ja red rabbit ist überfüllt borken ist überfüllt das weiß ich ein flugzeug 1 2 ist verfügbar eine antonov antonov hört sich immer sehr interessant an ja aber nicht so was das hört sich natürlich nicht interessant an wir haben zwei linien hier anhalten was ist beides mal da wo wir haben ein stück gut verkauft berlin müll maschinen kauf berlin müll maschinen das ist doch diese linie die nach dagobert geht oder dass diese linie nach dagobert geht gut da wo wird diese linie hier was wir kriegen den müll maschinen stück gut da haben aber auch so viele noch stehen müll maschinen müll 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 wenn wir da gubert das stück gut da gubert das stück gut da wird noch hier rechts rüber da das stück gut für da gubert hinlegen da 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 Okay. Dann könnten wir das Dagobert-Stückgut da nämlich komplett wegnehmen und könnten das darüber laufen lassen. Dann ist der hier nur dafür da um das nach Dagobert zu liefern. Wäre grundsätzlich auch nicht so schlecht. Easy Idee. Okay. 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 Mal gucken wo der ganze Mist in Richtung Dagobert geht. Das ist seelenzentral. Der hier will noch Dagobert geben. Nächste Linie. Okay. Hm. Ja. Die Frage ist halt nur. Wie weit kriegen wir das da dran. Wie weit kriegen wir das da dran? Ich muss mal die AVE kreisen damit wir da absinken können. Tatsächlich. Okay. Dann machen wir das mal. Was ist die Dagobert? Hier fehlt auch noch ein Zug drauf. Achtet also noch das Öl drauf. Das heißt sie müssten das Öl auch noch umbauen. Okay. Okay. So. Wie weit ist das? Okay. So. 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 Das geht durch, geht durch, geht durch, geht durch bis nach hier hin, hier brauchen wir unser Auswahlsignal. Kürzlich würde ich jetzt mal als abgeschlossen sagen. Das noch nicht. Hoch und auch noch nicht. Retrippelt auch noch nicht. Ne, da ist der Agubert. Agubert ist aber hier unten im Rundergrund. Verwägen, Wand. So, die Güterkohlelinie. Heizkraftwerk. Heizkraftwerk. Der Verkehr in Berlin Kemplofen zu. Warum? Eine Stadtbrunnen. Okay, machen wir halt da mal ohne Stadtbrunnen. So, wir brauchen Kohle, Öl und Stückgut hier. Nach Dagobert. Einmal, zweimal. Jetzt wird es hier schon ziemlich eng auf dem Bildschirm. Einmal, zweimal, zweimal. Du, 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 du. So, diese drei müssen noch da. Jetzt müssen wir nur mal ganz kurz das Heizkraftwerk hier finden. Das sieht grundsätzlich nicht schlecht aus. Wie viel Öl haben wir denn jetzt hier rumliegen? Wie viel Öl haben wir denn hier rumliegen? Wie viel Öl? Wie viel Öl? 90 kmh. Da benutzen wir noch im Moment hauptsächlich diese hier. Was kann man für eine Haltelänge denn jetzt hier? 15, ne? Ja, 15. Wir müssen noch mal ganz kurz zumachen, weil wir haben wir jetzt ja hier drei neue Linien das war natürlich falsch das ist die nehmen wir mal so aus und das ist die groß geschrieben ich glaube ja jetzt 2 4 4 4 2 2 wir haben aber hier noch eine güteröl ja das ist die richtige oder die falsche oder die überhaupt linie darwärts im moment wie geht von der fahrzeugliste du geteilt ausmustern in ihr löschen So, Loks. Da setzen wir jetzt 3 drauf. Dann haben wir die Linien. Da haben wir 6 Fahrzeuge drauf. Da gehen wir jetzt auf Pia. So, Waggons. Das wird gut. Mit der Kohleheizkraftwerk da, Gubert. Hier alle ausmustern. Dann haben wir die. Dann haben wir die Linien. Und dann haben wir die Güter Stückgut. Stückgut. So, warte mal, warte mal. Doch. 80 kann ich nochmal. Also das heißt Loks. Hallo. So. Hier. Jetzt machen wir auch Ähnliches und SchauOME! Die. 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 515.000 jahres gewinnen so wir haben hier backwaren wir haben hier bier wir haben hier eier wir haben da obst wenn jetzt natürlich die ganze geschichte weg ist hochholz 5.000 10.000 12.000 es wird hier überall nicht besser du bist ein tor grimmer 1.700 ok macht ihr alles 14 flugzeuge 660 stück gut hier 160 stück gut moment den felschen genommen nein ich hab den felschen genommen oh nein 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 stück gut stück gut stück gut stück gut mal tagwärts gut gut okay noch was vergessen 100 prozent 100 prozent 100 prozent und güter stück gut gut 100 prozent landwirtschaftliche güter okay damit bedanke mich aber erstmal fürs zuschauen und sagen bis zum nächsten mal und tschüss seitens ich es sind es